Sie schützen ihre Schwerpunkte. Bevor die Schwerpunkte ist, die sich in die Schwerpunkte befindet. Sie schützen ihre Schwerpunkte. Befragung! Wir sind in der Schwerpunkte. Befragung! Und ich mache doch erstmal noch zwei von denen und fange danach an mit Scharfschützen. Hier nochmal zu sagen, Lucifer können sich nicht gegenseitig anzünden. Sie sind immun gegen Feuer. Steht auch hier. Wenn der Scharfschutz jetzt gleich noch anfängt, noch rumzuballern, wird es bestimmt lustig. Auf jeden Fall hätte ich dann gerne noch Stein mauern. 600, oder? 500, okay. Kann ich dann vielleicht sogar bald machen. Also hier muss auf jeden Fall noch eine Balliste hin später. Ich hätte gern jedes Mal ein neues Haus. Ich habe ja den Lucifer für den nächsten Angriff. Von daher müsste ich das eigentlich ganz gut hinbekommen. Wenn ich merke, dass es zu piepelt, dann hole ich den Lucifer einfach. Attention, building completed. Ja, auf drei Mal wäre ich nicht schockend. Warten wir lieber nochmal. Warum nicht so wieder eine neue Mühle? Okay. So, holen wir jetzt mal zwei Scharfschützen dazu. Okay, Stein mauern haben wir schon mal. Oh, ja, richtig. Ich wollte eigentlich dafür was tun. Osten. Oh, jetzt kam Geld rein. Okay, ich geht's mal. Das war echt übel. Ich komme direkt hier drauf. Ah, das ist wirklich gut. Das ist wirklich heftig hier, Kleid. Okay, bleibt mal schön hier stehen. Wie steht sie hinten, ist er schon... Das ist aber echt scheiße. Das ist wirklich heftig. Wo? Ach hier immer noch, okay. Okay. Das ist hier. Okay. 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 Ich bin der Kurs. Ich bin der Kurs. Ich bin der Kurs. ähm gehen wir auf die höchsten eigentlich wollte ich nicht räumen aber es geht halt was anders du gehst mal mit hier rüber hier habe ich nichts gemacht energieprobleme schon bin ich wieder festgefahren ich habe doch was für energie gebraucht das brauche immer noch ich habe ich habe ich habe ich habe ich will doch einfach nur was hinbauen gleich so hier läuft es okay Weiter geht's. Ach, ich hab's auch mal mit Steinsachen gebaut, ja klar. Da ist logischerweise der Stein irgendwann leer. Oh, ja, kann ich nicht. Mein Reiter ist bereit. Unsere Beine sind in Gefahr. Vielleicht kann ich mich hier hinten weiter bauen erst mal. Voll, eigentlich will ich gar nicht hier hinter. Ach du, das. Mein Reiter ist in Gefahr. Oh. Mein Reiter ist in Gefahr. Lass uns die Hände aufhören. Oh, dass du mit ihr so sitzt! Du hast du gerissen, ich bin� mayor. Ich buch den. Ich buch den. Du hast du wieder? Ich hab' immer mit sich aufhören. Ob er dich aufhören muss. Ich hab' immer mit mir gebrochen. Okay, naja. Ich bin ruhig noch mit ihr aufhören. Ich hab' immerhin aufhören. Okay, lasst uns das machen. Nur erzählst du, was soll ich tun? Sag mir, was geht? Ich wollte eigentlich mal gucken, ob das eigentlich was kostet, dass ich den jetzt halt nicht richtig versorgen kann. So, du musst die vorne alle holen. Wie kann ich denn hier jetzt eigentlich mittlerweile? Kann ich schon mal forschen? Oh, jetzt mal das. Müssten wir eigentlich ganz gut schaffen. Der Lucifer gibt uns die nötige Power, die wir dafür brauchen. Power of Goodbye. Power of Goodbye, ja, das trifft eigentlich nicht Sägemühle. Fünf. Fünf. Naja, wenn sie so in der Reihe kommen, haben sie auch überhaupt keine Chance. Okay, abhängt nochmal. Wir können nicht hierherkommen. Aber auf der Reihe kommen. Ich bin jetzt mit dem Sommer. Ich bin esry of in den Strömung. Ich bin der Strömung. Komm, komm! Das sind weg. Ja. Muss? Jawohl! Also wenn es hier gerade irgendwo abgeht, dann geht es doch hier. Wenn dann? Wenn ich schon erfahre. Also Kraft machen wir auf jeden Fall eine ganz schöne Menge, glaube ich. Ich kann ihn in der Zwischenzeit eigentlich mal wieder ausbauen, das sollte ich natürlich tun. Und einen davon. Dann habe ich schon wieder keine Energie mehr. Okay, der hält die auch. Die holen die Starken raus, die holen die Lisa, der hält das hier auch. Das ist doch mal ein Gemätscher, oder? Das muss er gleich ausmachen wieder, oder wie immer. Dann gehört sie von der Feld. Leid ich das hier auch noch nicht. Ach, die halbe Karte, glaube ich gerade. Ich würde gerne zumachen. Ich könnte was meinen, die Leute werden hier verbrannt. Ah, das kriege ich hier nicht hin, oder? Nee, schade. Ah, hier oben könnte ich es verfliegen. Hau wieder blöd. Hier. Ich hab geil. Ich hab ein, zwei HB für den Tag. Ich hab ein, zwei HB für den Tag. Ich hab ja eigentlich schon soweit alles ausgenutzt. Wenn sie nicht wirklich übermächtig fühlen werden. ne, geh hier unten lang, zumal mir jetzt mehr scharf jetzt nicht mehr geht. es wird sich einfach noch über die Glocke hey da ist doch, ähm, hallo, hier ist doch ein Durchgang, den hab ich extra gelassen was macht, ach, hier ist ein Durchgang ich hab das Haus hier wahrscheinlich nicht bauen dürfen, oder? ach egal, wird auch so gehen irgendwie wir gehen halt außen rum das ist wirklich schöne Musik, muss ich sagen hier sind wir auf den Hatschkampen, die wir hier sehen g... dieser habe ich haltet den Kampen, die wir hier haben auf die anderen Seite So, nächstes Ziel hier in der Klinik, das Ding bitte, hier ist die Welle. Der hat mich da Unterstützung geschafft! Wie klappt das? Ganz gut. Hier müssen wir auf jeden Fall weiter bauen in der Richtung. Wir müssen noch nicht so weit raus gehen. So, nächstes Ziel bitte. Dann lassen wir hier als Seitenverteidigung. Okay, wir brauchen auf jeden Fall wieder mehr Energie. Ich... ich hab's... ach... egal. Jetzt hab ich... ein bisschen Gold verschwindet. Ja, ja, wir packen hier, kommen wir wie die Fenster. You are gonna pay for this, right? Du bist in der Zeit. Okay, dann kann ich zum Glück auf den Schockturm bauen. Oh, wie wir stehen? Der schrecklich, ich gebe hier an. Ich bin nicht mehr, aber krank. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr. Die Chance! Ich bin nicht mehr, wenn ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob er so ist. Ich weiß nicht, ob er so einen Schwabbel gestehen kann. Wollt er schon, er geht schon sehr schnell runter. Ich weiß nicht, ob er so ist. Ich weiß nicht, ob er so ist. Hier hinten. Okay, ich brauche auf jeden Fall mehr Essen. Mehr von allem eigentlich. Ach Quatsch, ich will doch nicht das. Brauche ich das. Ich darf kein Fall sterben. Ich brauche nicht, ob er so ist. Ich brauche nicht, ob er so ist. Ich brauche das nicht, ob er so will. Ich brauche nicht, ob er so ist. Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Kannst du die Hitze fühlen? Was brauche ich denn? Hölzsteine und Energie Warte mal kurz, bis es gesammelt wird Warte mal kurz, bis es gesammelt wird Wir müssen wirklich hier unten drücken, sonst wäre das Käse Das könnte aber sein, dass ich eh versucht durchzukommen Nee, wär auch blödsinn Alle hier hinten, außer... Ich muss etwas töten, Bullseye Da ist ein Stück Das ist ein Stück Das ist ein Stück Du hast die Nächsten, du hast die Bergste Abwärts Bindungen 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 Durchbringungen Stimmt die, ab ja Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ja, das kriegt dann immer wieder mal kurz Zeit, um sich zu heilen. Zwei, zwei, zwei. Oh, oh. 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 Diese Welt! Ah, jetzt sehen wir die Arbeitskräfte wieder. Toll. Hm, da tauchen wir sie einfach mal in heiliges Licht. Ach ne, ist das Feuer. Ach, das ist doch fach. Bei den Lucifer ist das dasselbe. Nicht nur das gleiche ist genau dasselbe. Also die, die kommen ran wenn er allein ist auf jeden Fall. Mach mal hier oben weiter. Äh, ach du bist zu fett. Okay, schuldig im Lucifer. Wollte ich nicht beleidigen. Ach ne, ist das Tatsache. Tatsachen sind keine Beleidigungen. Möchte ich nochmal anmerken. Kriege ich einen Kraftwerk eigentlich hin? Ah ja. Okay, davon abgesehen der Stein kostet. Die kostet nur 8 Arbeiter. Ja, das war eigentlich ganz preisgünstig. Okay, dafür Stein. Ich hab Stein gefunden. Naja, Energieprobleme. Wegen Energiemangel hast du gemütlich gestanden. Was? Ach, ich hab ihn. Wann. Wann? Wann? Fertig. Ja, ich hab ihn. ich brauche natürlich mehr warum kommst du nicht ich glaube ich muss eine stadt sein muss ich wieder eine schuldlergruppe ausbilden da kommt ganz schön was an bin ich schon so nah in der ecke würde ich jetzt gern mal wissen das schwächlinge oder eigentlich fast ok weiter geht's Oh, das ist kacke. Das habe ich nicht bedacht. Okay, da ist ein Klapp. Also ganz oben ist es halt doch Licht. Ja, das ist. Die kann ich eigentlich noch ausbauen. Oh, fällt schon wieder Stein. Welches ist abbrechend? Scheint geklappt zu haben. Also gut, dass ich ihn zurückgezogen habe. Okay, jetzt muss ich aber wirklich ausmachen. Das war Let's Play Seah Banks für heute. Ich hoffe, ich habe mich halt wieder einig. Ich sage, jetzt schauen wir mich gleich hier drauf. Und wir werden direkt hier weitermachen. Ich werde aber das Angriff aufnehmen, dass ich hier heutige Aufnahme solle erst mal reichen, würde ich das sagen. Wir sind weit gekommen, oder? Also ich bin zumindest, gefühlt, schon viel weiter als ich sonst bin. Als nächstes kann ich dann hier unten irgendwo die Gießerei hinsetzen. Vielleicht hier in dem Bereich, werden wir sehen. Oder ich rücke hier noch ein kleines Stück vor. Oh, den passt hier rein, das werden wir sehen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Und beim nächsten Mal werden wir hier noch ganz viel Spaß haben. Ich kann eigentlich nicht aufhören. Tatsächlich kann ich irgendwie nicht aufhören. Zuzuschauen, wie geil das ist. Da werden sehr viel von der Ecke angelockt. Auf jeden Fall, das Gebiet hier brauche ich auf jeden Fall. Also bis zum nächsten Mal. Bye, Leute. Bye, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ah! Untertitelung des ZDF, 2020